schönen guten tag liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge der evo we film so letzte folge sind wir von der spinnfrau abgehauen die ist schlimmer als fett weil die ist echt oh munition für die shotgun oh ja bitte die war gerade ein bisschen anstrengend ehrlich der ist nachgeladen wer soll das noch runtergehen was war das oh junge ja ich weiß nicht muss ich jetzt hier bleiben muss ich nicht hier bleiben und tot und da sind wir wieder zurück nächstes kapitel würde ich sagen krass das schneide ich auch nicht raus das war relativ kurz nicht jemand unbedingt einweisen ich gehe erst mal zum save stat ich will mich auf ich will mich powern oh das kann man runterfahren oh dann ist das was zu dem zukunfts icon ein moment ein moment der zukunfts icon kommt gleich tagebuch von sebastian castellanos märz 2005 die schlechte nachricht ist dass ich einen neuen partner zugeteilt wurde die gute nachricht ist dass mir ja gesagt hat außerdem ist die schlechte nachricht gar nicht so schlecht joseph ist ein guter detektiv und wir sind ein gutes team die polizei von crimson city braucht mehr männer wie ihn und es ist eine ehre für mich an seiner seite zu arbeiten aber manchmal fühlt es sich so an als würde ich ein boot ausschöpfen das ein riesiges loch im rumpf hat nach jedem aufgeklärten verbrechen werden zehn neue gemeldet das kcpd ist wie eine dünne blaue linie mit der die bürger vor den verbrechen geschützt sind aber manchmal scheint es als wäre das verbrechen in der überzahl interessant interessant auf jeden fall so dann gehen wir da auch mal rein substanziell für mich am arsch also langsam dreht er durch wir sind noch nicht diesmal in der vordersten zelle guck mal da kann ich die tür noch nicht eintreten das ist ja unsere zelle da sind wir normalerweise immer drin aber wir sind ja hier vorne gespawnt diesmal aber da ist keiner drin da sehe ich jetzt auch niemanden da sehe ich jetzt auch niemanden wo bist du oh ja ich freue mich auch dass es eine weile her ist ich bin hier in sicherheit zur zeit mal komm mal da kann ich auch zurück okay ähm letztes mal haben wir oh hier genau können munition mitnehmen oh das sind andere sachen kälte bolzen oh das gegner starren cool oh wir haben noch zwei schlüssel suppe ich wollte die suppe haben und der macht aber auch cool so wir haben hier zwei sachen mit bolzen und suppe haben wir munition ist aufgeladen die ist auch nachgeladen der ist soweit auch aufgeladen jetzt können wir hier auch durchgehen so und jetzt will ich zu dem wichtigsten teil wir haben 21.000 damit sollte sich was machen lassen wow ey ähm leben spritzen leben ein bisschen mehr leben ist immer gut maximale sprintdauer so das habe ich absichtlich gemacht so viel weil wir müssen wirklich viel laufen leben ist erstmal jetzt nebensache wow leben ist nebensache qual bolzen reserven da könnte ich machen dass ich mehr qual bolzen tragen kann waffen reichweite erhöhen nachladegeschwindigkeit erhöhen spannengeschwindigkeit nein es ist wichtiger ich finde es wichtiger mehr bolzen dabei zu haben oder dass ich mehr spritzen tragen kann ich kann sogar beides machen ein bolzen mehr und spritzen mehr jetzt haben wir noch 300 übrig das sollte so reichen auch leben wird voll aufgefüllt cool jetzt sollte ich theoretisch das sind nämlich alles sachen die können wir später gebrauchen ok ok hat auch alles nachgeladen von denen ok sehr gut das ist essentiell gerade jetzt speichern wir auch und dann können wir wieder zurück gehen und dann können wir wieder zurück gehen und da sind wir wieder zurück jetzt sind wir gut ausgerüstet glaube ich ich glaube jetzt sind wir gut ausgerüstet müssen wir jetzt ein ich war die ganze zeit weg ne ich weiß gar nicht jetzt seit welchem zeitpunkt das sehe ich wahrscheinlich erst später in der aufnahme äh entschuldigung dafür aber ihr werdet wahrscheinlich ton haben ihr werdet wahrscheinlich den ton dafür haben so hier war ich ja drin hm ja strechelt sie ja bitte zweimal saft ja bitte oh man das ich höre halt nen gegner äh ich weiß nur nicht wo er ist ich weiß nur nicht wo er ist Kassa die sind richtig eklig die Viecher sind richtig eklig ey du kannst du siehst sie halt nicht gibt aber auch ein tausender wenn man einen davon killt ne wo kommt das her alter oh das macht dann so ein bisschen paranoid ne du weißt halt nicht woher diese stimmen kommen die ganzen sachen kann man das aufschlagen klar es macht mich ehrlich ein bisschen paranoid muss ich ganz ehrlich sagen also ok ok sieht aus als müsste ich nach unten nein oh man ich hab grad woanders hingeguckt oh war das wieder ein neuer gegner ist auch nichts drin ne oh da war doch bestimmt ein neuer gegner und ich hab den nicht gesehen oh man ey ja was bist du denn für eine süße popa oh guck mal was sich denn in der popa bewegt das ist eine ratte das ist eine ratte ach quatsch herzhaft ich wollte die ratte eigentlich überleben lassen darum hab ich auf das ding geschossen aber anscheinend muss man echt auf die ratte schießen äh ich beerdige boah was ist das für eine riesenratte ist das normal die ist so groß wie mein fuß ey die ist größer als mein kopf oh guck mal hier das ist munition ne ne äh streichhölzer surprise oh wieso hab ich jetzt so ein richtig blödes gefühl ne oh man sieht die so richtig schlecht ne oh Nein! Oh, Mann. Um die Waffe. Das ist gut, dass wir zu lange rennen können. Ey, die Viecher sind echt übel. Ernsthaft? Die sind richtig übel. Habe ich alle Streichhölzer genommen? Da waren noch welche übrig, oder nicht? Oh, Mann. Das Problem ist, wir haben jetzt auch keine Munition mehr für die Shotgun. Das ist noch eins. Hier ist noch eins von den Viechern. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Oh, Mann, ey. Es ist direkt vor mir. Oder? Oh, ich habe schon fahren. Ich habe schon fahren. Ich habe noch ein neuer. Da kommt super raus. Okay, es ist da. Ja, kann ich nicht so machen. Ich habe es zu spät gesehen. Die siehst du so schlecht, ey. Ja. Wieso hast du nicht verbrannt? Oh, Alter. Okay, die Munition wird langsam gra. Ist da noch eins? Ich höre keins mehr. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich noch eins höre, oder nicht. Warte mal, kann man hier rein? Zumindest kann man die Scheibe nicht aufschlagen. Hm, schade. Oh, zum Glück. Lade das Ding nach. Lade das Ding nach. Ja. Ich habe es gerade festgestellt. Keine Munition mit drin, ne? Darum sage ich ja. Lade das... Krankenhausschlüsselkarte. Wir machen heute ein bisschen länger. Die Folge war ein bisschen länger. Ich musste nämlich nach der Folge einen Cut machen. Munition, alle. Oh, ne. Junge. Hat der mir gerade den Kick verpasst? Erwischt. Ich habe nur gerade gesehen, wie er nach rechts gegangen ist. im letzten Augenblick. So, die muss ich anscheinend nicht verbrennen. Die müssen ja eigentlich tot sein. Aber unsere Munition wird richtig rar gerade, ne? Ich brauche eigentlich jetzt langsam mal einen Speicherpunkt. Ja, cool. Wir füllen zwar keine Munition, aber hey, komm. Dafür füllen wir Suppe. Braucht kein Mensch. Gerade zumindest. Komm her, du Kleiner. Er war klar, dass er sich wegportet. Oh, jetzt passiert... Munition. Okay. Okay. Ja, cool. Keine Tür mehr. Wir machen jetzt aber trotzdem einen kleinen Cut. Und... Doch, wir machen kurz einen kleinen Cut. Das wird sonst, glaube ich, viel zu lange. Bis gleich. Alles klar, meine Lieben. Dann danke ich fürs Zugucken. Links von mir findet ihr die letzte Folge. Rechts findet ihr von mir die nächste Folge. Und oben drüber könnt ihr abonnieren. Ich danke fürs Zugucken. Und bis zur nächsten Folge. Für The Evil Within. Für The Evil Within.